Hallo, ich bin Minnie, die Blockflötenmaus. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir gerne mein Weihnachtsliederheft zeigen. Hast du gerade erst mit dem Blockflötenunterricht angefangen? Möchtest aber trotzdem schon Winter und Weihnachtslieder spielen? Dann ist dieses Heft genau das Richtige für dich. Minnies erste Weihnacht enthält zwölf Lieder über Advent, Nikolaus, Winter und Weihnachten, die du ab der ersten Unterrichtsstunde spielen kannst. Für das erste Lied brauchst du nur einen Ton, das H. Nach und nach kommen dann immer mehr Töne dazu. Natürlich in der gleichen Reihenfolge wie in meiner Blockflötenschule. Unter deinen Noten findest du eine Begleitstimme, die z.B. mit einer Sopran- oder Tenorblockflöte gespielt werden kann. Dadurch kannst du gleich mit anderen zusammen musizieren. Und das Beste ist, ich mache zu jedem Lied ein Video, zu dem du einfach mitspielen kannst. Hast du Lust? Dann hol dir das Heft und mach einfach mit. Ich freue mich auf dich und wünsche dir natürlich eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Bis bald! Of Bad房! Ausatür 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 Vielen Dank.